Das Unternehmen, die Holl GmbH, wurde 1948 hier am Standort in Mark-Lehberg von meinem Großvater, Herrn Roland Holl, gegründet. Unsere erste Lasermaschine haben wir im Jahr 1997 gekauft. War eine spannende Sache und die Maschine war einfach dann so schnell, dass wir dann natürlich noch Zulieferteile für andere Firmen mitgefertigt haben. Also wir haben uns spätestens seit 2019 mit dem Gedanken beschäftigt, eine andere Programmiersoftware einzuführen, weil wir inzwischen nun auch schon ein anderes Fabrikat hier hatten, nicht nur Trumpfmaschinen, sondern auch Pistronikmaschinen. Und dann haben wir uns also viele verschiedene Softwaresysteme angeschaut und haben uns dann letztlich 2020 für das System WICAM entschieden. WICAM ist eine herstellerunabhängige Software, das heißt, wenn ich mich morgen dazu entscheide, eine ganz andere Maschine hier herzustellen, kann ich das damit natürlich auch gut gewährleisten. Wir arbeiten mit dem ERP-System BIOSIS seit mehreren Jahren. Alle Aufträge, alle Artikel werden in BIOSIS angelegt und zu jedem Artikel existiert eine Geodatei, die dann bei Auftragserteilung entsprechend freigegeben wird und über Autoloop in WICAM landet, also über eine Schnittstelle mit WICAM verbunden ist. Das WICAM erkennt in diesem Moment, dass es eben ein fertiges Programm gibt für diesen Auftrag in der entsprechenden Stückzahl. Dadurch wird mir angezeigt, dass dieses Programm vorhanden ist. Ich kann das Programm auswählen und es dann einfach über den Postprozessorlauf an die Maschine geben oder aber, wenn sich die Stückzahl eben erhöht oder abgesenkt hat, erkennt das das WICAM und ich kann dann manuell über wenige Mausklicks die Tafelanzahl anpassen und damit auch die Stückzahl wieder korrigieren. Das Programm wurde für die Trumpf erstellt. Der Vorteil durch den Postprozessorlauf kann ich es in der gleichen Sekunde an die BIOSIS-Tronic weitergeben und habe genau die gleichen Daten zur Verfügung. Ja, als Familienunternehmen planen wir natürlich nicht in Monaten, sondern in Jahren und denken immer an die Zukunft und haben natürlich mit WICAM die Flexibilität, eine Maschine hier reinzustellen, die mir gerade gefällt oder die der Markt gerade gut anbietet. Roger. Bis zum nächsten Mal.